Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Ungarns Präsidentin Katalin Nowak hielt eine Rede bei der Abschlussveranstaltung der Karpatenbeckenkonferenz der wissenschaftlichen Studentenzirkel. Sie sagte, dass wir Lehrer brauchen, die sich für die langfristigen Interessen der Schüler einsetzen, dass wir Schüler brauchen, die ihre Talente mit Fleiß ergänzen und dass wir Eltern brauchen, die für ihre Kinder und Lehrer da sind. Und dass dieses dreifache Band nicht zerrissen werden darf. Sie sprach auch darüber, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. Die Tollwutimpfung der Füchse hat in Ungarn begonnen. Impfköder werden derzeit ausgelegt und in einigen Gebieten Ungarns wurden bereits Weideverbote verhängt während der Köderzeit. Die Impfung läuft seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Seit September 2022 gab es nur fünf bestätigte Tollwutfälle im Land. Vier davon waren Füchse. Informationen über die Auslagegebiete erhält man auf der Webseite des Lebensmittelüberwachungsamtes NEBI. Um 11 Uhr wird heute ein landesweiter Sirenenalarm in Ungarn durchgeführt. Die Sirenensignale werden dann einzeln durchgeprobt. Kurz vor Mitternacht am Sonntag wurden die Rettungsdienste zu einer Wohnung in einem Wohnblock in Warpalota alarmiert, nachdem Papier und Müll in einer Küche im zweiten Stock Feuer gefangen hatten. Vier Feuerwehreinheiten wurden zum Einsatzort gerufen. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Eine ältere Frau wurde aus der brennenden Wohnung gebracht, aber ihr Leben konnte nicht mehr gerettet werden. Am 27. März musste ein Easyjet-Flug von Manchester nach Antalya notlanden und verbrachte zwei Stunden auf dem Flughafen Budapest, weil ein Passagier aggressiv wurde. Die ungarische Polizei musste den Passagier von Bord bringen und vernehmen. Der Flug wurde schließlich mit zweistündiger Verspätung in die Türkei fortgesetzt. Nach der Winterpause wurde die Zahnradbahn von Buda ab dem 1. April wieder in Betrieb genommen. Hunderte von Metern Gleis wurden erneuert, damit die Züge sanfter und leiser fahren können. An Wochentagen fährt die Zahnradbahn nach dem bisherigen Fahrplan, während das im letzten Jahr eingeführte und bewährte System in den frühen Morgen- und späten Abendstunden beibehalten wird. Das spart viel Energie und verringert die Lärmbelastung in der Region, da die Bahn zu diesen Zeiten nur dann fährt, wenn die Fahrgäste ihre Reiseabsicht vorher anmelden. Am Wochenende werden die Züge tagsüber alle 15 Minuten verkehren. Mit einer großen Prozession und einer Szene, die den Einzug Jesu in Jerusalem darstellt, wurde der Blumensonntag, der Palmsonntag in Debrezin gefeiert. In Debrezin ist es Tradition, den Palmsonntag auf dem Hauptplatz der Stadt groß zu feiern und es ist eine feierliche Eröffnung der Karwoche. Neben der Heiligen Messe und der Prozession wird der Tag mit Volkstänzen und anderen Aktivitäten gefeiert. Balaton hat ein neues Fahrradzentrum. Das ist nun das dritte in der Region und wurde am Samstag in Kestey eingeweiht. Letztes Jahr hat die Organisation Balaton Bike 365 in Balaton Füret und Balaton Völdwa die ersten zwei Fahrradzentren übergeben. Balaton Bike 365 konzentriert sich auf die Entwicklung des Radtourismus in der Balatonregion. Mit ihrer Hilfe wurden zahlreiche Radwege gebaut und erneuert, Fahrradzentren eingeweiht und viele Programme organisiert. Das Budapester Parlamentsgebäude ist laut einer neuen Top-Liste die weltweit beliebteste Touristenattraktion. Die Top-Ten-Liste wurde von den Datenanalysten des in London ansässigen Gepäckaufbewahrungsunternehmens Stasher eingestellt. Sie haben die 99 am häufigsten besuchten Attraktionen der Welt ausgewählt und sie in eine Liste zusammengefasst. Dazu wurden Bewertungen auf TripAdvisor und Google sowie Gästebewertungen auf Booking.com verwendet. Die drei beliebtesten Attraktionen sind die Blaue Lagune, ein Thermalfreibad in Island auf Platz 3, Disneyland Paris auf Platz 2 und das Parlamentsgebäude in Budapest führt die Liste als Top-Attraktion. Das Wetter in Ungarn. Am Montag wird es an einigen Orten starke und böige Winde aus dem Norden geben, aber die Wolken lockern sich. Vor allem im Süden und Südosten besteht die Chance auf leichten Regen und Schauer. Im Osten und Westen ist mit mehr Sonnenschein zu rechnen. Das Frühlingswetter zieht sich wieder zurück. Heute ist mit 5 bis 12 Grad zu rechnen. Der Wechselkurs steht heute bei 380 Forint für einen Euro Mittelkurs.